Ich küsse eure Herzen, was habe ich mit Schieno zu tun? Ich kann weder sagen, yo, er sagt die Wahrheit, noch kann ich sagen, yo, er lügt, noch kann ich sagen, guter Typ, noch kann ich sagen, schlechter Typ, ich kenne ihn nicht. Bruder, Maestro Oxombilla, wir haben von selben Teller gegessen, Bruder, wir haben getrunken zusammen, Bruder, 50 LKWs. Es tut mir auch ein bisschen leid für ihn, der wird immer wieder in diese Moistory mit reingezogen, obwohl er schon jetzt zwei, dreimal gesagt hat, ja, ich will damit nichts zu tun haben. Sollen wir uns nochmal das von Maestro angucken? Was geht ab, meine Freunde? Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist ein bisschen harte Kost. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele auf dieses Video gewatzt haben und ich selber habe wirklich 0,0 Bock auf dieses Video. Ja, das Video ist einfach nur Statement. Okay, weiter geht's. Dieses Video bedeutet Klicks. Ja, dieses Video bedeutet auch erhöhte Einnahmen, erhöht im Sinne von, dass meine anderen Videos meist gar nichts verdienen oder sehr, sehr wenig. Warum? Dazu komme ich gleich. Ja, dieses Video bedeutet auch wieder DMs und vielleicht auch Telefonate oder sonst was. Aber all das interessiert mich nicht. Und ich glaube, ich muss euch nicht beweisen, dass mich das nicht interessiert. Wenn du das glaubst, schön. Wenn du das nicht glaubst, juckt mich nicht. Ich habe mir sowieso schon vorgenommen, dass ich 2024 nicht mehr so politisch korrekt sein möchte. Wer ich bin, habe ich schon öfters bewiesen. Und ganz besonders müsste ich das eigentlich gar nicht beweisen. Denn ich weiß, meine Familie weiß, wie ich bin. Meine Frau weiß, wie ich bin. Meine Mutter weiß, wie ich bin. Mein Vater weiß, wie ich bin. Meine Freunde wissen, wie ich bin. Und inshaAllah, eines Tages lernt mein Sohn mich auch genauso kennen, wie ich es mir hoffe, dass mein Sohn mich kennenlernt. Dementsprechend, ich hatte keinen Bock auf dieses Video und ich habe auch keinen Bock auf dieses Video. Denn in diesem Video werde ich mich zu Dingen äußern, die in eine bestimmte Bubble zuzuordnen sind. Und das ist jetzt eine Floskel. Jeder benutzt diese Hype-Wörter Bubble und das und dies und Hakelal und hin und der und pipapo. Moment, Hakelal. Auch dazu komme ich später. Was meine ich mit Bubble? Ich habe mich früher in bestimmten Kreisen bewegt. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern viel Entertainment. Hihi, haha, mit den entsprechenden Leuten. Und das ist aber ein Teil meiner Vergangenheit und nicht ein Teil meiner Gegenwart. Und hoffentlich auch nicht ein Teil meiner Zukunft. Denn jeder Mensch entwickelt sich weiter. Ich habe mich auch weiterentwickelt. Ich bin 33 Jahre alt. Ich habe Frau und Kind zu Hause. Und das Schönste für mich ist, meinen Sohn zu riechen, mit ihm zu spielen und ihn zum Lachen zu bringen. Das ist mein ganzer Lebenssinn. Abgesehen davon, dass ich inzwischen sehr religiös bin. Und ich glaube, dass einen sehr positiven Einfluss auf mich hatte und auch auf die Inhalte, die ich in der Öffentlichkeit bringe. Ob du das möchtest oder nicht, ich halte mich selber inzwischen für ein viel besseres Vorbild, als ich es davor gewesen bin. Ich vergleiche mich nicht mit anderen, ich messe mich an mir selber und ich bin der Meinung, dass ich über mich hinausgewachsen bin. Wie gesagt, das kannst du anders sehen, es interessiert mich nicht. Aber ich muss leider dieses Video machen. Also werde ich meinen Fuß, meinen kleinen Zeh einmal wieder in diese Bubble eintauchen. Und werde ein paar Sachen sagen, auf die viele Menschen offensichtlich warten. Leider. Warum? Weil ich habe gedacht, das erledigt sich mit ein paar Insta-Stories. Aber viele Menschen haben diese Stories nicht gesehen. Und wie das Reaction-Game in Deutschland leider nun mal so ist, ist natürlich jeder auf diesen Zug mit aufgesprungen. Weil man weiß, dass Maestro in Bezug auf Palästina nicht vielleicht so interessant ist, das Thema. Weil keiner irgendwie seltsamerweise auf diese Videos reagiert. Maestro auch nicht in Bezug auf andere politische, wichtige Themen oder auf islamische Themen oder auf andere Sozialkritik. In dieser Kombination ist Maestro vielleicht auch nicht so interessant für den einen oder anderen. Weil die, ja ich sag mal, die Prioritäten in dieser Szene vielleicht ein bisschen falsch gesetzt sind. Aber man weiß, Maestro in Kombination mit Mois, das bringt Klicks. Und da springt doch jeder gerne drauf. Scheiß doch auf Palästina. Scheiß doch auf die ganzen Leute. Scheiß auf die fast 30 Videos, die ich zu dieser Thematik gemacht habe. Scheiß auf das. Scheiß auf das Memo Rap Check. Du, du bist doch Palästinenser. Scheiß auf das Sufian. Lass uns lieber genau auf diese Thematiken reagieren, wo wir Menschen schaden, wo wir Menschen in Dreck... Das ist mir ein bisschen hart. Erstmal wusste ich nicht, dass Rap Check Palästinenser ist. Ich muss sagen, ich beschäftige mich kaum mit deinem Content. Das ist ein Content, der uns interessiert. Und diese ganze politischen Islam Talk und auch Palästina Talk ist nicht mein Content. Ich mache sowas gar nicht. So gut wie gar nicht. Wisst ihr ja am besten. Ab und zu, wenn mal ein Erdbeben ist in der Türkei, dann spenden wir. Wir machen mal einen Marathon hier oder zwei. Da muss geholfen werden und so. Das sind aktuelle Dinge. Ich habe mich immer von diesen ganzen Kriegs- und Israel- und Palästina-Themen ferngehalten. Ausgründen. Man könnte auch darüber mal reden. Da gibt es einfach auch geilere Leute, die das besser auch können als ich. Also nur mal zu dem Thema. Und ich verstehe, dass der ein oder andere sich vielleicht interessiert für das ein oder andere. Aber ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Ich habe alles offengelegt. Also genug offengelegt, damit jeder befriedigt sein kann. Und ich habe in jeder Story, die ich zu dieser Thematik gepostet habe, immer wieder gesagt, ich möchte meinen Frieden. Und dieser Mensch, mit dem ich dann auch telefoniert habe, liebe Grüße gehen raus, der am Ende genau das auch zu mir gesagt hat. Und wir haben diese Thematik dann aus der Welt geschaffen. Am Ende. Das Telefonat. Das habe ich ja nicht mit der gleichen Person geführt wie davor. So, jetzt habe ich nicht das Recht, mich darüber aufzuregen, dass Menschen darüber berichten. Natürlich. Mir war ja bewusst, dass ich in die Öffentlichkeit gehe, dass es natürlich auch ein Echo bringen wird. Ich wollte das aber vorher nicht. Es gab ein paar böse Zungen, die gesagt haben, der will Klicks mit dieser Thematik machen oder sonst was. Und das sind verblendete Menschen. Und ich finde es so unfassbar verwerflich, wie man nur so ekelhaft sein kann über Menschen wie mich, die in der Öffentlichkeit den Freitod gewählt haben, die ihren Kanal getötet haben für ihre Überzeugung, für Herzensangelegenheiten, dass man dem sagen kann, du wolltest Hype mit der Thematik haben. Was habe ich in meinem Kanal die letzte Zeit gemacht, um Hype zu verfolgen? Was interessiert mich Geld? Was interessiert es mich? Ich habe zu meinem Schöpfer gefunden. Das kannst du gut finden, das kannst du schlecht finden. Du kannst Atheist sein, du kannst Agnostiker sein, aber du musst es respektieren. Und das ist das Einzige, was ich brauche. Ich habe Essen und Trinken. Alhamdulillah. Ich habe meine Familie, ich habe mein Kind, ich habe meine Religion. Mehr brauche ich nicht. Und genau das verkörpere ich. Jeder, der mich auch nur eine Sekunde verfolgt, die letzten zwei Jahre, wird genau das sehen. Ich bin glücklich. Ich habe eine Kleidungsmarke auf den Markt gebracht. Five Prayers. Dankeschön. Ich danke wirklich vielen von euch, die mich da unterstützt haben. Und ich glaube, das Feedback, das spricht für sich. Jeder ist begeistert von den Teilen, weil ich mir extrem viel Mühe gegeben habe. Das ist jetzt kein Video, um das Ganze zu bewerben. Auch wenn ihr unter dem Video ein bisschen einkaufen könnt. Aber ich bin unfassbar stolz auf das, was ich aktuell auf die Beine gestellt habe. Ich brauche all das nicht. On top kommt, dass ich in den zehn unangenehmen Fragen an mich selbst letztes Jahr diese Frage auch beantwortet habe, was zwischen mir und allem ist. Da habe ich gesagt, es gibt nichts zu verzeihen. Die Sache ist vom Tisch. Jetzt passiert diese Sache, die ist natürlich nicht schön, aber die wird geklärt. Innerhalb von kürzester Zeit. Warum habe ich es öffentlich gemacht? Zum Schutz meiner Familie. Ich habe ein Kind zu Hause. Dieses Kind bedeutet Verantwortung. Dementsprechend werde ich allem aus dem Weg gehen, was vielleicht potenziell diesem Kind schaden könnte. Und das ist doch eine gute Möglichkeit gewesen, das Ganze zu klären. Und es hat doch auch funktioniert. Wir haben diese Kiste doch geklärt von beiden Seiten. Alles ist doch schön. Okay. Es gibt wie gesagt Menschen, die dann diese Thematik in der Öffentlichkeit nochmal aufgegriffen haben. Mit Recht. Es gab aber auch Menschen, die das nicht aufgegriffen haben in einem Video, um Aufklärung zu betreiben, um die Geschehnisse wiederzugeben. Nein. Es gab Menschen, die sich sofort drauf gestürzt haben und angefangen haben, sich Sachen dazu zu dichten und Vermutungen aufzustellen, Behauptungen, Lügen weiterverbreitet haben, diese Sachen noch groß gemacht haben. Ja, so Menschen, die sich es zur Aufgabe gemacht haben, mit diesem Gossip, mit diesem, ja, was regelmäßig passiert, mit diesen Gerüchten Geld zu verdienen. Ja, der ganze Kanal ist auf diesem Gossip aufgebaut. Diese Kanäle schimpfen sich manchmal auch Berichterstattung. Dabei ist es nicht Berichterstattung. Berichterstattung wäre, wenn du neutral über eine Sache berichtest, ohne eigene Wertung und that's it. Ja, das ist, muss man sagen, das ist ja eh vorbei. Berichterstattung ist alles nicht. Es sind Gossip Seiten und das ist es. Wenn du dich hinsetzt, auf alles reagierst, was es zu dieser Thematik gibt, dein Senf dazu gibst, versuchst smart zu wirken, indem du versuchst, Dinge einzuordnen, wo du kläglich scheiterst, dann bist du kein Berichterstatter. Und an dieser Stelle werde ich, wie gesagt, ich nehme kein Blatt mehr vor den Mund. Ich spreche es offen an. Was hat ein Memo Rap Check davon? Diese Thematiken auszuschlachten, zu allem seinen Senf zu geben, Sachen noch zu befeuern, Sachen groß zu machen, solche Thematiken. Wenn er sich selber darüber beschwert, wenn er mal unter die Räder kommt, derjenige ist, der am lautesten schreit. Memo, du hast doch meine Nummer. Hast du mich einmal angerufen? Hast du einmal gefragt, ey, was ist da passiert? Willst du überhaupt, dass das Thema groß wird? Darf ich überhaupt darauf reagieren? Soll ich darauf reagieren? Wie soll ich darauf reagieren? Wäre es nicht anstandshalber richtig gewesen, mich zu fragen, mich anzuschreiben? Haben wir nicht einen gepflegten Kontakt vorher gehabt? Hatten wir, oder? Hast du nicht gemacht, weil dir einfach die 2,50 Euro wichtiger waren. Eine andere Sache, Sufjan, was ist mit dir? Du hast auch meine Nummer. Also über Memo, glaube ich, brauchen wir nicht reden. Der ist, sorry, wenn ich das sage. Der ist absolute Abschaum. Mir muss der absolute Abschaum. Brauchen wir nicht reden. Unter anderem hat Maestro sich mal für ihn eingesetzt bei mir. Kann ich ja mal erzählen. Maestro hat mich mal angerufen, aber ist schon jetzt, also sehr lange her, ne? Ey, Bro, können wir reden, dies, das? Ja, klar, gerne, dies, das? Was geht ab, dies, das? Ey, guck mal hier, dies, das? Er hat gegen die Strikes auf dem Kanal. Er hat sich voll korrekt eingesetzt für ihn. Und ich habe ihm natürlich die Situation erklärt, dann hat er natürlich gecheckt, wer im Hack ist. Weil der Memo hat natürlich die Story nur so halb erzählt. Der checkt ja nicht, was Hack ist. Das K am Ende, oder das Q, kennt der ja nicht. Der kennt nur HA, nicht Hack. So ein absoluter Abschaum. Auch respektvollen Umgang die letzten Jahre, oder nicht? Zwar nicht viel, aber der war respektvoll. Mit Herzen, dies, das Pipapo. Und was ist bei dir gewesen? Hast du dich gemeldet? Hast dich auch nicht gemeldet, war? Weil dir die 2,50 Euro auch besser geschmeckt haben. Hast du genug Sachen hinzugedichtet? Hast versucht, deine Nase irgendwo reinzustecken und Detektiv Conan zu spielen? Und, was hat das gebracht? Dann gibt es noch eine Thematik, zu der ich mich äußern möchte. Und das ist jetzt Yo Snake. Okay, erstmal. Yo Snake macht eine Cartoon-Serie. Finde ich erstmal schon mal gut. Alles gut. Ist lustig. Bisschen South Park auf Deutsch. Und ja, ich habe diese Herrschaft getroffen. Waren sympathisch. Im Goldman Tower. Ein einziges Mal, soweit ich mich erinnere. Ich will jetzt hier nicht lügen, so. Aber soweit ich weiß, haben wir uns einmal getroffen. Und das haben sie auch genauso wiedergegeben in ihrem Comic. Ich war da, die haben mir ihre Serie gezeigt. Ich habe sogar gesagt, also ich glaube, eine Folge habe ich gesehen. Und ich habe gesagt, finde ich gut. Wird bestimmt durch die Decke gehen. Ist cool. Hab Props da gelassen. So, dahingehend stimmt es, was die da gezeigt haben. Die haben aber das dann so dargestellt, dass Alem und ich dann aus diesem Raum da rausgegangen sind. Und Alem mich dann unsittlich berührt hat im Flur. Und ich habe voll ekelhaft, also angeekelt geguckt und sonst was. Ich meine, ah, ich erinnere mich an so eine Sache nicht, dass sowas passiert ist. Unsittlich berührt erinnere ich mich gar nicht dran. Es hieß doch irgendwie in dem Comic, dass er so ein bisschen so hier, so, äh, getuschelt, oder? Erinnere ich mich gar nicht mehr. Unsittlich berührt No Diddy auf jeden Fall. B. Ich erinnere mich insgesamt überhaupt nicht, dass ich, ja, unsittlich berührt worden bin. C. Selbst wenn das passiert... Doch, er wurde, er wurde unsittlich berührt, dann hat er keinen Bock und hat so angeekelt geguckt. Wäre, das ist es nicht. Aber selbst wenn das passiert, wäre, ich bin 33 Jahre, ich habe Frau und Kind zu Hause. Denkt ihr, das ist korrekt, das hier? Das ohne mit mir vorher zu sprechen, ohne meine Erlaubnis zu haben, in irgendeiner Comicserie dann liegt, wenn es wirklich der Wahrheit entsprochen hat? Boah, der hat eigentlich recht. Das stimmt wirklich. Stell dir mal vor, so eine unangenehme Sache beobachtest du, wo du eingeladen bist zum Talken über Business und du siehst wirklich, ihm ist das unangenehm. Und dann machst du es so. Das stimmt, das stimmt. Guck mal, habe ich auch nicht darüber nachgedacht. Das wäre auf jeden Fall nicht korrekt. Denkt ihr, das ist der richtige Weg? Denkt ihr nicht, das eine oder andere ist vielleicht ein bisschen drüber? Ich meine, ich werfe euch das nicht so hart vor. Also bei euch ist wirklich alles gut. Ihr seid einfach jung, ihr seid on fire, ihr wollt gerade Content liefern, ihr macht lustige Sachen, alles schön und gut. Ich will euch nur damit sagen, dass man immer bedenken muss, in welcher Situation Menschen gerade sind und ob das vielleicht richtig ist, was man gerade macht. Ihr habt einfach mich in diese Serie gepackt und eine Sache erzählt, die ihr sogar noch damit bestärkt habt, dass ihr gesagt habt, es wirklich so passiert. Könnt ihr mal Astro fragen. Tja, wenn mich jemand fragt, sage ich, kann ich mich nicht zu erinnern. Und das ist nicht dieses Vorgericht, ich erinnere mich nicht mehr, sondern wirklich, also an sowas kann ich mich wirklich absolut nicht erinnern. Und warum ich mich überhaupt jetzt dazu äußere, ist, eigentlich wollte ich dazu gar nichts sagen. Eigentlich ist es auch nicht meine Pflicht, was dazu zu sagen. Auch wenn andere Menschen gesagt haben, Ja, ich finde auch nicht, dass er was dazu sagen muss. Das ist ja irgendwann auch ein Comic. Auch wenn die den Anspruch daher hatten, eine Geschichte nachzuerzählen. Ja doch, das ist seine Pflicht, was dazu zu sagen. Ich bin Person des öffentlichen Lebens, ich weiß, und jeden Tag gibt es 100.000 Lügen über mich. Besonders, ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn ihr euch mit Themen wie Israel, mit Russland, mit Putin, mit AfD, mit der deutsche Bundesregierung, mit so vielen kritischen Themen auseinandersetzt, so viele Leute euch auf dem Kieke haben, so viele Leute versuchen dich als Antisemiten, Antisemiten, als Rassisten, als Islamisten, als was weiß ich nicht was darzustellen. Gibt es so viele Lügen im Netz? Soll ich auf Anna antworten? Ist es nicht meine Pflicht? Ich mache es an dieser Stelle, damit vielleicht ihr ein bisschen was davon mitnehmt. Das mache ich wirklich für euch, damit ihr vielleicht auch reflektiert in der Zukunft und darüber nachdenkt, was ihr macht. Okay, machen wir weiter mit der nächsten Thematik. Scherno. Auch da, Sachen im Internet, die werden geredet. Ich kriege DMs von allen Seiten. Leute, die mich beleidigen, Leute, die meine Familie beleidigen, Leute, die versuchen auf mich aufzubauen und verschiedenste Sachen. Warum? Weil im Internet auf einmal das Gerücht, das sinnlose Gerücht kursiert, ich habe mit Scherno Kontakt, ich stecke hinter ein paar Sachen oder sonst was. Muss ich leider jetzt klarstellen an dieser Stelle. Habe ich auch keinen Bock zu. Ich habe natürlich nichts mit Scherno zu tun. Ich hatte was mit dem zu tun und ich erkläre euch jetzt auch genau was. Das mache ich einmal und das letzte Mal. Ich habe letztes Jahr im Dezember, ich glaube, das war so der dritte, vierte, fünfte Dezember, so um den Dreh, habe ich einen Anruf bekommen, einen anonymen Anruf. Ich gehe ran, da ist eine Person, die ich nicht kenne. Ich frage, wer es ist. Er sagt, er ist Scherno. Kenne ich auch nicht. Ich kenne auch die Stimme nicht. Ich weiß gar nichts. Worum geht es? Und dann wird schnell klar, es geht... Der Telefon hat jetzt ungefähr so abgelaufen. Hallo, ja, wer ist da? Mit wem bin ich? Anarafadbabibi. Mit wem bin ich? Kennt ihr noch das, diese Legende? Absolute Legende. Mit wem bin ich? Und ich habe in diesem Telefonat gesagt, ich möchte darüber nicht reden. Ich möchte es nicht. Und er wollte sich auch mit mir... Lass ich mal nochmal hören, was er sagt. Ist gar nichts. Worum geht es? Und dann wird schnell klar, es geht um Alim. Und ich habe in diesem Telefonat gesagt, ich möchte darüber nicht reden. Ich möchte es nicht. Und er wollte sich auch mit mir treffen. Ich habe gesagt, ich möchte mich auch nicht treffen. In diesem Telefonat ging es aber nicht um irgendwelche Spenden oder Erdbebenopfer oder sonst was. In diesem Telefonat ging es um eine andere Sache. Und in diesem Telefonat ging es auch um Unmut. Und zu diesem Zeitpunkt weiß ich ja nicht, was genau passiert ist. Was ich aber gesagt habe, ist, schau mal, ich habe meinen Frieden gefunden. Das habe ich im Dezember schon gesagt. Ich habe meinen Frieden gefunden. Ich bin fein mit mir selber. Ich gehe einen Weg, den ich gerade sehr schön finde. Ich möchte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, ich würde an deiner Stelle genauso verhalten. Alles, was passiert ist, zähle es als Lehrgeld. Du lernst dazu. Du bist jung. Mal erlebe dein Leben weiter. Friedlich. Schön. Mit positiven Sachen. Konzentriere dich auf etwas Positives. Ja. Er hat mir gesagt, er hat ein Video geplant, dass er ein Video machen wollte. Ich habe gesagt, mach nicht. Ich habe fünf, sechs Mal gesagt, mach nicht. Ich habe auch gesagt, du bist ein erwachsener Mann. Du kannst machen, was du willst. Aber mein Tipp an dich, mach nicht. So. Und so wie ich verstanden habe, kam auch danach kein Video, auch weil ich das im Telefonat so gesagt habe. Und dann kam halt dieser Februar, wo dann das Video von ihm erschienen ist, zu Mois. Ich habe seine Nummer immer noch nicht. Er hat mich damals anonym angerufen, danach auch keinen Kontakt mehr. Und nach seinem Video hat er sich bei mir gemeldet. Warum? Weil er wohl von irgendwo gehört hat, dass ich vielleicht auch ein Video mache oder sonst was. Er hat mit mir geschrieben. Und da habe ich ihm nochmal gesagt, hey, nee, ich möchte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. So. Wir haben uns unterhalten. Und jetzt kommt ein bisschen ein kompliziertes Thema. Ich kann nicht sehr viel dazu sagen, weil ich dazu später auch ein eigenes Video machen möchte. Also in nächster Zeit. Es gibt eine Thematik, die betrifft mich, wo ich Schaden erlitten habe. Ich und noch eine Person des öffentlichen Lebens, die ihr sehr gut kennt. Wir beide in einem Team haben einen Schaden erlitten. Zu unrechterweise. Unschön. Und zu dem Zeitpunkt, wo Schäden mir geschrieben hat. Ich verstehe es, weil er hat schon gemacht, er will halt gerne ein Video machen zu dem Thema. Und alles in einem, nur ich komme nicht weiter so. Also ich komme gerade nicht mit, ich muss mich kurz zu sehen. Er meint wahrscheinlich Chan Broke Eistee. Ja, wir gucken mal weiter. Wer ist alles involviert in diese Thematik? Also da gibt es eine Gegenpartei quasi. Diese Gegenpartei ist keine Person des öffentlichen Lebens, von der wir einen Schaden erlitten haben. Es gibt diese Gegenpartei, keine Person des öffentlichen Lebens. Wir haben einen Schaden erlitten. Aber wir wissen nicht, ob vielleicht Leute, die wir kennen, da vielleicht was mit zu tun haben oder nicht. Es ist ein bisschen verwirrt gerade alles. Und deswegen habe ich erstmal für mich selber reflektieren müssen und ein bisschen etwas rausfinden müssen. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch Scheno gesagt, ich hoffe, dass ich mich nicht zu dieser ganzen Thematik insgesamt äußern muss. Vielleicht war das eine da, was reinschneidet oder sonst was. Nein, ich glaube nicht, dass es um Chan Broke und den Eistee geht. Ich werde mich nicht zu dieser Thematik in der Zukunft nochmal äußern. Aber in diesem Zeitraum war es auch turbulent für mich. Okay, so in diesem Zeitraum gab es auch einige negative Dinge, die ich gehört habe über eine bestimmte Person. Alles ist chaotisch, man weiß gar nichts und so. Und deswegen habe ich mich in der Öffentlichkeit auch komplett zurückgehalten. Weil wenn ich nicht weiß, dann rede ich nicht. Warum sollte ich das tun? Dieses Verhalten habe ich ja vorhin schon kritisiert bei anderen Kollegen. Aber nun gut, irgendwann kam ein bisschen Licht ins Dunkel und ich habe ein bisschen mehr begriffen. Und dann hat sich einiges auch gelegt und auch die Gemüter haben sich beruhigt und der Monat Ramadan begann, wo ich gesagt habe, weißt du was, ich möchte diesen Ramadan genießen. Letztes Jahr konnte ich das nicht. Warum? Da gab es ja diese ganze Thematik, die ihr wisst von letztem Jahr. Das war ja im Ramadan, genau da, wo mein Sohn geboren ist. Und dieses Jahr wollte ich den Fastenmonat dementsprechend genießen und ich habe da auch im Fastenmonat ja meine Pilgerreise gemacht, meine Ura nach Mekka. Also habe ich mich zurückgezogen, habe auch die Zeit genossen, alles ist gut. Ich bin zurückgekommen, man erkältet sich dort, ist normal, weil so viele Menschen aufeinandertreffen. Ich bin ein bisschen krank gewesen, meine Frau dann auch, hin und her und Pipapo und der Kleine auch. Elhamdulillah, ihm geht es besser. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann kam ich wieder, dann gab es diese Thematik eben mit dieser Sache am Telefon, Stories hin und her, das wurde geklärt, Thema durch. So, jetzt bitte, ich küss eure Herzen. Was habe ich mit Shieno zu tun? Ich kann weder sagen, jo, er sagt die Wahrheit, noch kann ich sagen, jo, er lügt, noch kann ich sagen, guter Typ, noch kann ich sagen, schlechter Typ. Ich kenne ihn nicht. Ich rede nicht über ihn. Was soll ich über ihn reden? Also, das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, ich habe mit dem, was Shieno in der Öffentlichkeit gesagt hat, nichts zu tun. Aber warum sage ich das hier an dieser Stelle jetzt? Weil Shieno in seinem ersten Video gesagt hat, ja, ich habe auch mit Maestro telefoniert. Damit hat er das Bild erweckt bei den Leuten, dass ich vielleicht was damit zu tun haben könnte. Ja, er hat auf jeden Fall mäßig so das Bild gemacht, wir, es gibt ein Wir, ich habe auch mit Maestro telefoniert und es gibt einen gegen Mois. So, das hat er ja damit. Er hat ihn so ein bisschen als Wingman mit reingenommen ohne Absicht, also ohne, dass er das hier wollte. Okay. Und Leute haben dann angefangen eins und eins zusammen zu zählen. Er hätte auch sagen können, ja, ich habe mit ihm telefoniert, ist aber schon ein paar Monate her. Er hat mir abgeraten, ein Video zu machen. Das hat er aber nicht getan. Ich nehme ihm das auch nicht böse. Vielleicht hat er das einfach in dem Moment nur so beiläufig erwähnt. Und seine. Aber wir merken, jede Aktion im Internet führt zu einer Reaktion und alles hat einen Impact, alles hat einen Einfluss. Und Menschen, auch wenn sie einem nicht schaden möchten, können einem doch mit irgendwelchen Aussagen schaden. So, jetzt sitze ich hier, habe eigentlich gar keinen Bock auf diese Thematik und muss euch das trotzdem eins zu eins auf Kindergarten-Niveau vorkauen, was passiert ist, damit ihr begreift. So, zu dieser Thematik, die ich vorhin angesprochen habe, wo ich noch nicht viel zu sagen konnte, ja, diese Thematik ist übrigens immer noch nicht geklärt. Und diese Thematik, die werde ich auch aufrollen im Internet, voraussichtlich. Ich, so, ich denke, ich will jetzt hier nichts fest versprechen, aber so wie es jetzt aussieht, so wie die Menschen sich aktuell verhalten, werde ich das Thema wahrscheinlich aufrollen müssen. Und das wird auch unschön werden. Aber das ist eine Sache, die ich machen muss, weil da auch öffentliches Interesse dran besteht, weil ich auch bezüglich dieser Thematik... Odissei, du bist aber echt gemein. Das ist aber gemein. Ich glaube nicht, dass der Maestro, wir hatten auch unsere Reibereien und auch Diskussionen und alles, aber ich muss schon sagen, ich glaube nicht, dass er einen auf Saubermann tut. Ich glaube, er meint das ernst mit der Religion und dass er sich gewissen anderen Sachen widmet und das glaube ich, glaube das nicht, dass er jetzt gespielt ist von dem. Vielleicht kommt der nicht so rüber, als ob der jetzt hier the most entertaining ist. Ich verstehe euch, aber ich nehme ihm das schon ab, muss ich sagen. Aber ey, am Ende, er macht es ja auch nicht für mich und auch nicht für euch. Deswegen. schon sehr viele Nachrichten in DMS bekommen habe. Ihr versucht gar nicht erst zu spekulieren. Ich werde auf keine Spekulation eingehen. Ihr werdet es sehen, wenn es kommt. Aber das ist eine Sache, die hat jetzt mit dieser ganzen Thematik gar nichts zu tun. Haben wir alles aus dem Weg geräumt? Haben wir alles geklärt? Gut, dann kommen wir zu der letzten Sache. Ich kann euch nichts zu der Spendenaffäre von Arlem sagen. Kann ich nicht. Er hat selber etwas in der Öffentlichkeit erzählt und ich bin gar nicht in einer Position. Das meine ich nicht positiv, aber auch nicht negativ. Und das meine ich wirklich vom ganzen Herzen. Ich bin nicht in einer Position, dass ich hier irgendwie auch nur ansatzweise urteilen könnte. Was ich euch sagen kann, ist, dass auch aus dem Verwandtenkreis der Angehörigen meiner Frau Menschen Verluste erlitten haben in der Türkei. Dass da auch Menschen umgekommen sind. Dass Angehörige meiner Freunde umgekommen sind auch dort in der Türkei. Dass dieses Thema für mich ein sehr emotional wichtiges Thema gewesen ist und es immer noch ist, dass ich sehr viel geweint habe. Am Sack. Am jetzt pünktlich. Digger, ich werde deine 7 Euro geben. Geh mir nicht am Sack. Okay. Schmucks und Milla. In dieser Zeit. Und dass ich am liebsten hingeflogen wäre und selber geholfen hätte. Meine Frau war im 9. Monat. Ich war zu Hause. Wir haben beide jeden Tag geweint. Ich kann euch sagen, dass das Thema mich persönlich trifft. Und genau deswegen ist dieses Thema auch ein Thema, was man nicht gleichfertig angehen sollte. Ich kann wieder nur wiederholen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich verstehe nicht, wieso ihr mir die ganze DMs schreibt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, und das ist jetzt neutral ohne Wertung, so wie es schon Menschen in der Vergangenheit gemacht haben. Damals hier, Streaming with Heart. Eine Kampagne, wo Streamer gestreamt haben, Geld über Tipi Stream gesammelt haben, was dann auf PayPal gelandet ist für den Deutschen Krebsbund oder sonst was, Krebshilfeverein. Das wurde gesprengt. Stay hat damals Videos gemacht, weil Spenden über PayPal, über private PayPal Accounts zu sammeln, eben komplett falsch ist. Das kann ich jedem nur abraten. Das wird euren Untergang bedeuten. Das wurde aber danach noch weiter gemacht. Nicht unbedingt böswillig, aber von Menschen, die es eben vielleicht nicht wussten. Ja, das ist der Grund, warum ich der Kati vorhin gesagt habe, dass sie gesagt hat, die soll ein GoFundMe-Page machen. Weil ich weiß, dass es auch gebührend sind und so weiter. Aber das ist das Einzige, was irgendwie seriös ist. Bei so privaten Sachen kann man auch ein PayPal machen, wenn man ein bisschen Geld braucht. Die Leute wollen dir helfen. Aber bei so einer Sache... Auch an Jalus letztes Jahr. Auch ohne Wertung. Aber auch da... Wiener Krej, schöne Grüße. Er schreibt ja Bruder in jeder Story, aber jedem Video macht er Islam-Talk, Ramadan-Talk und Kind erwähnen. Ja, also ich glaube... Kati, kein Problem, Kati. Ich glaube... Du, ich glaube, sein Content dreht sich auch sehr viel um sowas. Da ist es halt anders als bei uns. Aber, ja... Keine Ahnung. ...wunden Spenden gesammelt über einen Influencer. Und auch jetzt bei dieser Thematik wurden Spenden gesammelt über einen Influencer. Und was ich euch nur mit auf den Weg geben kann, damit dieses Video auch dahingehend einen steuerrechtlichen Mehrwert hat. Wenn du Spenden sammelst über PayPal als Influencer, dann musst du diese Spenden versteuern. Denn du bist kein gemeinnütziger Verein. Du bist keine gemeinnützige Organisation. Dir hat das Finanzamt deine Gemeinnützigkeit nicht bescheinigt... Ja, das ist ja eh klar. Ja, das ist Logo. ...so dass du Spendenbescheinigungen ausstellen darfst. Das heißt, in dem Moment, wo Leute dir Geld spenden, kann es nur zwei Gründe haben. Spende kannst du nicht kriegen. Du bist kein gemeinnütziger Verein. Entweder ist es eine Schenkung oder es ist eine Einnahme, die versteuert wird. Beides muss gleich versteuert werden. Das ist wie die Subs hier im Internet. Subs im Internet. Leute, das Wort ist Subs. Leute, es ist 1.13 Uhr. Schlaf nicht ein. Sabaton hier. ...werden muss. Eine Schenkung kann... Wir machen den Sabaton, hallo! ...übrigens auch versteuert werden. Aber da ist der Freibetrag bei 20.000 Euro pro Person pro Kalenderjahr. Bei Personen des öffentlichen Lebens, wie Influencern, die streamen oder die Videos machen, ist leider aber diese Schenkung dahingehend ausgeschlossen, dass man sagt, eine Spende oder eine Schenkung erfolgt immer ohne Gegenleistung. Du darfst keinen Leistungsaustausch haben. Bei Streamern oder YouTubern oder Influencern allgemein hast du... Ja, ist ja Entertainment die Leistung. Deswegen habe ich überlegt, dass ich einen Stream mache, wo ich nichts mache, wo ich hier nur so sitze und ihr subbt. Wäre das okay? Vielleicht machen wir Sabaton. Wenn ich atme, müsst ihr subben. Ha ha. Ich sitze jetzt hier und atme. Ihr müsst subben. Ha ha. Die haben abgestochen. Ich verkaufe den Packet am Stoff, am Black. Ha 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 ha. Du kriegst das aber, weil du kriegst Content und dafür gibst du Geld. Auch wenn es freiwillig ist. Du bezahlst quasi indirekt für diesen Content. Du kriegst eine Gegenleistung. Manche Gerichte, wie das Finanzgericht Düsseldorf, gehen sogar so weit, dass sie sogar sagen, dass es umsatzsteuerbar ist. Und das kann sogar unter Umständen tatsächlich der Fall sein. Dann müsstest du nicht nur Einkommenssteuer auf diese Spenden zahlen. Boah krass, sogar Umsatzsteuer. Sondern du musstest auch die Umsatzsteuer, den Umsatzsteuanteil rausrechnen, indem du das geteilt durch 1,19 machst und dann mal 0,19. Dann hast du den Anteil, was die Umsatzsteuer darstellen soll. Den musst du ans Finanzamt erstmal abdrücken und dann musst du noch die Einkommenssteuer abdrücken. Das heißt, wenn du zum... Also ich sage euch, wenn das kommen würde, würde sich Streamen gar nicht mehr lohnen. Das wäre wirklich enorm, enorm. Auf X-Umb-La-Basis. Beispiel 100.000 Euro sammelst, kannst du schon davon ausgehen, vielleicht musst du direkt schon mal 16.000 Euro circa Umsatzsteuern, das werden dann abführen. Für die, die jetzt sagen, hey, warum 16.000, warum nicht 19.000? Weil du von 100 rausrechnest und nicht von 119. Wenn das an Horizont übersteigt, dann ist egal. Aber 16.000 circa und... Oh, ein bisschen das. Was heißt hier Horizont, Bruder? Jetzt ist es 1 Uhr morgens. Du hast so Horizont, Bruder. Ich bin besoffen auf 1 Uhr morgens. Hänge ich hier so. Ich wollte ein bisschen Gossip gucken. Ein bisschen, wer redet über wen. Dann kommt er mir mit 1% Sex im Jahr. Ich bin völlig am Ende. Ich bin sowieso völlig am Ende. Dump it down, Brä. Please, please dump it down. Gib mir Fazit. Dann zahlst du nochmals circa 35.000 Euro Einkommenssteuer drauf. Weil ab 66.000 und ein paar zerquetschen, geht der Höchsteuersatz von 42% und 42% angewendet auf diese restliche Summe, wenn man die Umsatzsteuer rausrechnet, sind dann so circa diese 5... Leben ist endgingen unendlich. Bruder, ich warte nur, bis der Stream vorbei ist. Dann geh ich nach Hause und guck Schogun. Ja, Mensch. 35.000. Das heißt, am Ende zahlst du 50, 51, 52.000 Euro ans Finanzamt von dem, was du da gesammelt hast. Und das bringt das Ende für die meisten Influencer. Bruder, Maestro Oxumbilla, wir haben von selben Teller gegessen, Bruder. Wir haben getrunken zusammen, Bruder. 50 LKWs. Bruder, warum machst du Saosha und Dacquadr? Warum machst du so ja diese Zegen? Wir haben LKWs gebracht nach Türkei 500. 400 davon waren von MAN LKWs, diese großen MAN Mann. Bruder, also ich bin bei dieser ganzen Rechnung bin ich schon ausgestiegen. Ich warte nur noch auf Fazit. Das Geld sammeln, dann verteilen sie das Geld meist nicht an gemeinnützige Vereine, wo sie eine Spendenquittung kriegen, sondern an Menschen, die das wirklich brauchen. Diese Menschen, die das kriegen, sind aber eben keine gemeinnützigen Vereine, die können auch keine Spendenbescheinigung ausstellen. Das heißt, der Influencer kann das nicht geltend machen in seiner Steuerbescheinigung und dann zahlt der diesen ganzen Betrag. Und dann hast du nur noch die Hälfte davon übrig, von dem, was gespendet worden ist. Das wissen die aber noch nicht, weil die Steuer kommt ja ein halbes Jahr, ein Jahr später, nachdem das passiert ist. Also spenden sie das ganze Geld. Irgendwann kommt das Finanzamt und sagt, gib mir mal das Geld und dann hast du das. Und dann bricht dir das das Genick. Gehen wir von dem Best Case aus. Der Influencer, der das Geld gesammelt hat, gibt das dann nicht den einzelnen Menschen, die das tatsächlich brauchen vor Ort im Katastrophengebiet. Nein! Der gibt das selber an eine gemeinnützige Organisation. Dann hättet ihr auch selber eine Organisation. Oder, was auch geht, was er wahrscheinlich vergessen hat hier an der Stelle, Mois ruft mit verstellter Stimme bei Finanzamt an und erzählt denen, dass er der Manager ist, von Mois und er gar keine Steuern bezahlen muss. Und das Finanzamt glaubt ihm. Das kann ja auch passieren. Bruder, hallo, hallo Finanzamt, hallo, wir haben, danke für eure nette Nachrichten, dass wir Steuern bezahlen müssen, nette Nachrichten, aber wir sind im Hack und unser Künstler muss nicht bezahlen. Bruder, muss unser Künstler nicht bezahlen. ...spenden können plus und top kommt, diese gemeinnützige Organisation stellt dann eine Spendenbescheinigung aus auf den Namen des Influencers, weil der das Geld ja spendet. Und der kann das an Steuermindern in seinen Steuern geltend machen. Bis zu 20% zum Gesamtbetrag deiner Einkünfte kannst du das sogar absetzen und würde deine Steuerlast nicht heben. Wenn es aber darüber hinausläuft, dann schon und 20% schnell erreicht. Stell dir mal vor, wenn du 100.000 Euro spenden möchtest und nicht möchtest, dass das dich steuerrechtlich belastet, dann darf das Finanzamt a. nicht sagen, dass das umsatzsteuerbar ist, weil sonst sind 19% davon schon automatisch weg, die du nicht wieder siehst. Plus b. Du musst mindestens eine halbe Million Euro verdient haben in dem Jahr, damit du das Geld machen kannst, damit das diesen Gesamtbetrag der Einkünfte nicht übersteigt. Ich weiß, es ist ein bisschen sehr viel Mathematik und ich will gar nicht auf die Mathematik jetzt zu stark eingehen an diesem Podcast. Also gut. Win. Win or Cringe schreibt Ruth. Die Schnabeltassen im Internet sagen, ich wäre du mit KI-Stimme. Also. Ich bin ja schon alles. Ich war schon Abu. Viele glauben, ich bin Abu-Intellektueller. Ich glaube das selber auch, aber ich habe mich noch nicht überzeugt können. Viele glauben, ich bin Hu. Sag mal, wo ist eigentlich Hu? Gibt es den noch? Nicht, dass der ein Hubs ist oder so. Also. Viele schreiben, ich wäre Hu. Und jetzt schreiben die Leute, ich bin Win or Cringe. Einzige, was ich wirklich mal war, ich habe ja einen Fake-Account gehabt. Ich war eine Zeit lang, habe ich einen Account gehabt, habe ich Samples gemacht, damit die Leute raten können. Und dann wurde das so ein bisschen ein Meme. Ich habe mich damals CLO genannt. CLO 144. Wegen meinem Geburtstag. Aber die Leute haben das nicht verstanden, dass ich einfach nur Samples zeigen wollte, haben dann gelacht, waren so witzig. Deswegen habe ich die Seite zugemacht. Ich war CRO. Ich bin Young Alf. Ich bin CRO von Abu Intellektueller, okay? Viele wissen nicht. Ich, Hu is Cringe, Cringe, Hu, Hu is Hu, Abu, wir sind in einer Sekte, die nennt sich Wahrheit. Und wir haben mit Azad ein Album vor. Wahrheit. Punkt. Aber, wie ihr gerade merkt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, Spenden zu sammeln als Influencer über PayPal. In dem Gedanken, wenn das Geld reinkommt und ich es rausgebe, ist alles finito. Das ist es nicht. Das wird dir das Genick brechen. Aslak Chef schreibt, keine Glanzstunde von Flizzy, als er den Klo gedroht hat. Ja, wir hatten Streit vor lange auch deswegen. Ich meine, warum droht er mir? Ich meine, gut, er wusste nicht, dass ich das bin. Später, da kam er ja vor Haus, hat angeklickt, hab ich aufgemacht, da meinte er so, was machst du hier, Dicker? Dicker, Dicker, äh, Dicker, in Berlin ist anders. Dicker, ja, in Berlin, Dicker, wenn wir in Berlin vor Haustür sind, ne, Dicker? Dicker, ne, deswegen sage ich, Dicker, dann habe ich ihm gesagt, Bro, ich bin Klo. Bist du auf Klo, Dicker? Nein, ich bin Klo. Dicker, wir müssen diesen Klo klatschen, ja? In Berlin ist anders, wegen CCN. Meine Kette hat Klo geburned. Dicker. Dicker, Hip-Hop ist tot, Dicker. Ey, Cem schreibt, Maestro weiß nicht, dass er mit Steuertipps im Internet vor sich sein sollte. Warum? Also, erst mal, ich glaube, der ist gelernter Steuer, Finanzamtmitarbeiter, sowas, ich weiß jetzt nicht genau den Eindruck, aber ich glaube schon, dass er das drauf hat. Also, der ist schon, das ist sein Fachgebiet, ehrlich jetzt. Der hat beim Finanzamt gearbeitet, ja. Also, wenn einer sowas erzählen kann, dann eher, ich bin jetzt nur gerade einfach nicht mehr aufnahmefähig, es ist kurz vor zwei, aber, wenn ich irgendwann irgendwas damit zu tun habe, werde ich dieses Video nochmal gucken. Mach es nicht. Nimm eine Organisation wie Better Place. Better Place zum Beispiel, und das ist keine Kooperation. Ja, sowas ist gut. Bitt dir das gleich an. Du kannst Kampagnen starten, die Leute können direkt dahin spenden, nur Better Place kann Spendenbescheinigungen ausstellen, direkt vollautomatisiert über deren Seite und sonst was. Und du hast mit den Zahlungen selber nichts zu tun, das Finanzamt will also am Ende des Tages nichts von dir. Und wenn du jetzt ein Zuschauer bist, spende bitte nicht an deinen Lieblingsstreamer, an deinen Lieblings YouTuber, deine Lieblings YouTuberin oder Streamer. Leute, er labert scheiße. an dieser Stelle labert der Scheiße. Ihr könnt weiter spenden, genau. Was er gerade gesagt hat, ist ein Glitch. Hat aus Versehen, aus Versehen. Spendet weiter. Ich sehe, während ich rede, hier kommt ein paar, Üff, 100 Euro von Ilja. Hammer. Leute, warum macht der jetzt mein Modell kaputt hier? Das müssen wir im Highlight piepen, diese Information darf nicht den Ether verlassen. Das ist ein sogenannter Scamtisch. ... oder sonst wen. Spende einfach nicht. Spende direkt an Organisationen, wo du weißt, die können mir eine Spendenbescheinigung ausstellen. Das sind übrigens alle eingetragenen Vereine mit einem gemeinnützigen Zweck, außer wenn es dem Spaß dient. Wie zum Beispiel Fußballverein, Sportverein, Kulturverein, Karnevalsverein, Schützenverein. Moment mal, Fußballverein ist kein Spaß. Also das ist bei uns richtig, das ist ernst. Sonntag bin ich beim Spiel. Bei uns, bei uns, bei unserer Mannschaft, beim Spiel. Das ist kein Spaß. wie Segelverein, keine Ahnung was, Tierzuchtverein, diese ganzen Vereine nicht. Wenn es ein Verein ist für gemeinnützige Zwecke, für mildtätige oder kirchliche Zwecke, dann kannst du fragen, könnt ihr eine Spendenbescheinigung ausstellen und wenn die das vom Finanzamt erlaubt bekommen haben, dann könnt ihr auch wissen, da kann ich getrost spenden, das kann ich auch in meiner Steuererklärung einreichen und das später geltend machen. Alternativ einfach nur für den inneren Monk von mir, um den zu befriedigen und damit das Ganze vollständig ist, du kannst auch in den Vermögensstock einer Stiftung spenden oder du kannst auch an eine Partei oder eine Wählervereinigung spenden, das geht auch laut dem Einkommensteuergesetz. Alles andere nicht. Also, dein Lieblings-Youtuber fällt nicht darunter. Okay, jetzt habt ihr was aus diesem Video auch mitgenommen. Ich habe mich zu allem geäußert, wozu ich mich äußern wollte oder sollte. Mich interessiert wirklich nichts, 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 außer das Wohl meiner Familie und dass ich in Ruhe meinen Content machen kann. Und darum würde ich euch bitten. Darum habe ich auch damals dein Update gebeten, deren Kommentarsektion so Müll ist, dass sie sich jeden Tag hoch und runter beleidigen und die ganze Sipp schafft, wo bis heute keiner was dagegen macht. Und darum bitte ich jetzt auch Leute wie Memo Rap Check, Leute wie Sophia, bitte lasst mich einfach in Ruhe. Wenn ihr unbedingt berichten müsst, der dann berichtet, okay, kein Problem. Wenn du aber dir das Recht rausnimmst, auf alles zu reagieren und Sachen größer zu machen, okay, und mir damit indirekt zu schaden, dass du sagst, du stellst dein Brot wo du dich entschieden hast, dein Brot mit Gossip zu verdienen, das stellst du über mein Brot und mein Wohl. Ja, ja, das kennen wir von Memo. Brot, Habibi, das ist mein Brot. Oder tu dein Toastbrot zur Seite, ja, mein Brot. ...befinden, dann wird es leider in Zukunft auch so enden müssen, vielleicht, dass ich Videos runternehmen lasse. Denn das ist mein gutes Recht und ich war... Ja. ...noch nie einer der YouTuber, die gesagt haben, Ehrenkodex, man strikt sich nicht doch, Diggi. Ich werde striken, gar kein Problem, dafür ist doch ein Strike da. Wenn Urheberrecht verletzt, wenn was mein gutes Recht ist oder wenn Menschen mir schaden. Und ich möchte das nicht zu weit kommen lassen. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich weiter meinen Content machen. Lass mich weiter Palästina-Videos drehen. Lass mich weiter gegen die Bild-Videos drehen. Lass mich weiter politische Videos drehen. Lass mich schöne Videos drehen. Lass mich doch. Lass mich Family Vlogs drehen. Lass mich meiner Familie eine schöne Zeit haben. Lass mich meiner Hassanat sammeln. Lass mich den Dingen widmen, auf die ich Lust habe. Und das Letzte, womit ich dieses Video noch abschließen möchte, ich muss mich dazu, ich weiß, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss mich nicht äußern, aber ich möchte es. Es gab auch den einen oder anderen, der gesagt hat, oh guck mal, der benutzt das jetzt als Schild. Ich mache Videos für Palästina, zieht mich nicht mit rein. Das ist kein Schild. Wenn ich es einmal so beiläufig gemacht hätte und dass das Ausrede benutze, obwohl ich die ganze Zeit im Internet rumtrolle, dann vielleicht, mach du erst mal 30 Videos zu der Thematik, dann hast du vielleicht auch irgendwann das Recht zu sagen, ey Leute, ich beschäftige mich mit diesem ganzen Gossip nicht, mit den ganzen Hass, beleidigen Negativitäten nicht. Ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Ihr alle, ich habe euch allen verziehen, wenn ihr mir was getan habt. Ich mache meinen Hack bei jedem Helal. Dankeschön. Frisky, nee, Ruiz, Live, Red Bull, Symphonic. Danke, ich gucke mir das mal an. Ich möchte nichts von euch. Ich möchte wirklich nichts von euch. Lass mich einfach in Ruhe. So, jetzt kommen wir zu einer Formulierung, wo der eine oder andere vielleicht sich inzwischen drüber lustig macht, weil es so inflationär genutzt wird. Hack, Helal. Manche machen sich drüber lustig. So eine wichtige Sache in unserem Glauben und Menschen machen sich drüber lustig, weil andere Menschen mit dieser Aussage oder mit dieser, ja, mit diesen Wörtern nicht so umgehen, wie sie es vielleicht sollten. Hack bedeutet das Anrecht bei uns im Glauben. Und das ist ein gewaltiges Wort. Warum? Wenn du eine Sünde begehst, eine Sünde vor Gott, dann kann Gott dir diese Sünde vergeben. Wenn du aber einem anderen Menschen was antust, wenn du sein Recht nimmst, ja, zum Beispiel, du tust ihm was an, du fügst ihm Schaden zu, dann hast du ihm etwas genommen, was nicht dein Recht war. Das kann dir Gott, das kann dir Allah nicht vergeben. Das muss dir dieser Mensch vergeben. Und am Tag der Abrechnung wird dieser Mensch, daran glauben wir ganz fest, dann sein Recht von dir zurücknehmen. Und das in Form von guten Taten. Das heißt, jeder hat sein Konto mit guten Taten und mit schlechten Taten. Also der Eliyad hat gar kein, so ein Konto. Der hat sein Konto an guten Taten schon, der ist im Minus, das sage ich euch, aber, das, also das sage ich euch. Am Tag, nee, Xenia schreibt, ist es so karma-mäßig? Ja, ja. Und wenn du gute Taten hast und du schuldest jemandem was, nimmt er von deinen guten Taten. Wenn du keine guten Taten mehr hast, gibt er dir von seinen schlechten Taten. Oder so oder so, ist er dann im Plus. Und damit das nicht passiert, macht man seinen Hack hellal. Man sagt, ich verzichte auf mein Recht, was ich bei dir noch offen habe, du auf meins, wir sind bei null. Dafür muss nicht alles tatsächlich auf null gewesen sein. Beide Parteien verzichten einfach auf alles und sagen, ich mache hier einen Schlussstrich und ich führe mein Leben einfach fort. Mit Frieden im Herzen. Das gilt natürlich nicht für diese eine Sache, wo ich noch ein Video droppen werde, weil das ist ein persönliches Anliegen jetzt inzwischen von mir. Wenn aber jemand in Zukunft auf die Idee kommt, wie gesagt, mich zu provozieren oder sinnlose Sachen machen zu wollen, dann werde ich dieses Jahr nach meinem Vorsatz versuchen zu leben und eben nicht mehr politisch korrekt sein und werde dann einfach meine Schlüsse draus ziehen. Wie gesagt, ob das ein Strike ist oder sonst was, ist auch egal. Ich wünsche euch allen nur das Beste, ich wünsche euren Familien nur das Beste. Wenn ihr Liebe da lassen wollt, könnt ihr das in den Kommentaren tun. Wenn ihr das Video liken wollt, dann könnt ihr das tun, damit würdet ihr mir einen Gefallen tun. Mit den Worten, passt auf euch auf und peace. Also, ich like das Video. Was gelockt, meine Freunde? Auch wenn es, es wäre jetzt nicht die Entertainment-Bombe, die ich erwartet habe, aber ich verstehe schon, was er sagen will. Am Ende ist es ein sehr langes Video geworden, aber ich kann auch verstehen, dass er so innerlich vielleicht einfach was aufgeladen hat, was er auch gerne loswerden will. Alles Liebe nur und Gute für Maestro. Wie gesagt, wir haben ja kaum was miteinander noch zu tun, so kontaktmäßig, aber natürlich alles Gute. Es tut mir auch ein bisschen leid für ihn, der wird immer wieder in diese Mois-Torys mit reingezogen, obwohl er schon jetzt zwei, drei Mal gesagt hat, ja, tamam, ich mach das Ding, ich will damit nichts zu tun haben. Und er schon lange auch zugemacht hat und sowieso nur verhöhnt wurde. Seinen Hack hat er eh nicht bekommen, dann wurde er nur noch verarscht. Ihr wisst ja noch, wo Mois auf die Straße angeht, irgendwelchen Leuten Handys geschenkt hat. Was ist das mit dem Hack? Ihr wisst Hack kriegen. Einfach nur so mit Humor eigentlich ihn noch weiter verarscht hat, hätte er ihm ja auch die Handys geben können für das Geld und alles. Ja. Naja. Naja. Naja.